Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück in den Legendary Tales. Wir ernähren uns dem letzten Bonuskapitel der Episode 6, Der Kapitän des Schiffes. Ein harter Söldner erhält den Auftrag, auf eine Insel zu reisen, um eine mysteriöse Kreatur zu fangen. Nun, mal gucken, was wir da anrichten können. Hm, ist das eine gute Idee. Ein paar Tage später. Okay, und da sind wir... Was war da? Hier auf der Insel sind Küstenkorallen an Land. Ach was. Okay. Hier gibt es Wasser, Wasser, Wasser. Weißt du, was setzt sich hier zur Ruhe? Ein Hammer schon mal. Gefundene Sammelobjekte, ne? Okay. Okay, ich kann jetzt morgens schon weiter leicht zerbrechen. Mit dem Stein? Tatsächlich. Okay, nimm doch das mit. Na gut. Du brauchst doch Bretter. Das war doch ein super Brett. Aber es gibt hier noch was, ne? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ach, da leuchtet's, aber das ist nicht für uns. Ne, das nicht. Warte mal, lass mal sehen. Irgendwo müsste es doch noch ein Dings da... Was ist denn das da? Oh, guck, festgenagelt. Mit der Machete kommen wir da, ja, net, run, doch. So. Ähm, hier. Da ist es ja. Juhu! 60 von 66. Wir sind aber sowas von nah dran. Was ist das hier denn? Okay. Ich frage mich, wie das aufgeht. Lass mich raten, indem wir die blauen Steine, die blauen Perlen sammeln. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Jetzt schon. Also gleich. Also so, jetzt so. Cool. Na denn. Nichts wie ran. Ja, okay, hier ist es ein bisschen düster, aber geht auch. Bretter. Ah, da haben wir noch... Da haben wir sowas. Da haben wir sowas. Da haben wir sowas. Was ist das? Einen Schutzanzug. Aha. Okay. Und hier gibt es Pilze. Das ist ein ungenießbarer Pilz. Das ist ein ungenießbarer Stein. Hm. Irgendwas werden wir wohl mit dem Pilz... Moment. Kann ich den Pilz abmachredeln? Ne, kann ich nicht. Okay. Da müsste aber noch was sein, ne? Wir sind noch nicht ganz fertig. Da oben. Da ist nichts. Was haben wir hier? Ui. Die nehme ich erstmal mit. Cool. Ich hoffe, dass ich irgendwo eine Feuerquelle finde. Am Ende des Tunnels. Hier drin ist es dunkel. Äh, hier. Das... Nein. Genau andersrum. Du liebe Zeit. Okay. Gut. Nach. Es ist ein langes Spiel. Okay. Ich habe schon viel vorgelesen und erzählt und überhaupt. So. Hier oben. Da sind Bienen. Na toll. Wie kann ich ihn herunterschlagen? Bitte? Wieso herunterschlagen? Schutzanzug? Nein. Nein. Das war fies. So. Ich hoffe, sie greifen dich alle an. So. Wenn sie stechen, kann das sehr unangenehm sein. Allerdings. Oh. Machst du ihnen das zu Hause kaputt? Und das nur für den Stein. Okay. Haben wir. 61. Herrlich. Was ist das denn hier? Okay. Was? Verwende die Richtungspfeile, um die Kacheln zu verschieben und das Schraubenmuster oben wieder herzustellen. Äh. Was? Welches Schraubenmuster? Welches... Hier? Das da? Also... So? Ne. Warte mal. So? Oh. Oh. Warte mal. Die Beine müssen noch verschoben werden, ne? Hm. Ja. Okay. Warte mal. Hä? Den kann ich gar nicht verschieben, weil da nicht drei drin sind. Das ist nicht okay. Gut. Also. Dann setze ich den tatsächlich da hin. Ähm. Setze den kurz mal da runter. War das richtig? Das war sowas von falsch, ne? Ja. Das war aber mal sowas von falsch. Okay. Gibt es einen Rückgang? Ich mach Warten. Das kennen wir jetzt hier sehr gelegen. Okay. So. So. Und dann... So. Jetzt kann ich den nicht verschieben. Okay. Dann so. Und dann... Äh. Den kann ich auch nicht verschieben. Cool. Fertig. Hm. Ich muss den erst nach oben bringen, ne? Na gut. Kriege ich das hin? Auf jeden Fall nicht so. So. Ha. Ähm. Ähm. Okay. Wie wäre es denn, wenn wir es folgendermaßen machen? Na, ne? Nicht so. Äh. So. So. Und dann... Ach. Deswegen geht das nicht natürlich. Deswegen funktioniert das nicht doof. Okay. Warte mal. Wie mache ich es dann am geschicktesten? Den da jetzt rüber? Kann ich den hier runterdrehen? Kann ich nicht. Okay. Hm. Das ist ja blöd. Hä? Okay. Ich hab gerade einen Knoten im Hirn. Ähm. So. 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 Nein. Nicht so. Nein. Das ist alles uncool. Nein. Uncool. Uncool. Machen wir nicht. Genau. Umgekehrt müsste es sein, ne? So. 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 Auch nicht. Uncool. Uncool. Oder heißt das hier, dass das unten sein muss? Das wäre unangenehm. Uncool. Uncool. So. Hier. Und jetzt. Alter, ich kriege es nicht geregelt, ne? Ah. Ah. Ne. 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 Ich hab wirklich einen Knoten im Kopf. Okay. Lass mal den da rüberschieben. Den da runter. Der geht nicht nach da. Krass. Okay. Den nach da. Den kann ich nicht verschieben. Den kann ich verschieben. Okay. Den kann ich nicht runterschieben. Den hoch. Den. Der geht auch nicht hoch. Super. Das geht ja gar nicht. Okay. So. Jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht, ne? Das ist bestimmt spitze. Ähm. Den da hin. Den da hin. Den da hin. Und den da hin. So. Jetzt aber. Wieso ist das nicht richtig? Ich erkenne das voll da oben. Die müssen alle nach oben, ne? Damit der hier tatsächlich da durchfahren kann. Ast rein. Okay. Wie habe ich das eben hinbekommen? Keiner weiß es. So. 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 Ne. Nicht so. So. Okay. Nein. Cool. Ich muss es nochmal ganz kaputt machen, ne? Okay. So. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Okay. Nach oben. Den da hin. Den da. Nee. Nein, 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 nein. Ähm. Den da hin. Den da hin. Den da hin. Den dort hin. So. Und jetzt brauche ich nur noch den da eintauschen. Na gut. So. So, ne? Jetzt. Ja, tatsächlich. Hm. Okay. Cool. Nägel. Und ein Hammer. Super. Ich werde versuchen, die Brücke zu memorieren. Sobald ich alle sechs Dinge gefunden habe. Ja. Hier komme ich noch nicht weiter. Machete. La, la, la. Machete. Kann ich denn irgendwas hier wegmacheten? Ende des Dunnels. Drin ist zu dunkel. La, la, la. Okay. Da komme ich noch nicht ran. Aus Gründen. Der eine Pilz ist wichtig, aber ist völlig ungewiesbar. Okay. Zurück. Okay. Hier. Kann ich die dann abdingseln? Kann ich auch nicht. Na schön. Da komme ich noch nicht ran, ne? Weil ich erst drei von vier habe. Und. Meinetwegen. Die Eigen sind essbar. Warte mal. Möchtest du das heißen, irgendwelche mit? Ich nehme keine mit. Okay. Da drüben ist nichts, 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 nichts. Nichts, nichts, nichts. Das ist hier. Komme ich mit dem Hammer da ran? Komme ich. Sehr gut. Heinz, da komme ich doch bestimmt in das andere Brett auch heran, ne? Natürlich. Ja, sehr gut. Okay. So, die Brücke könnte ich erzeugen, aber es wundert mich, dass ich noch keinen Schlüssel dafür gefunden habe. Denn der Schlüssel müsste sich ja an Bord befinden und nicht hier auf der Insel. Gut. Die kommen da drüben. Ja. Wilde Konstruktion. Alles klar. Mhm. Mhm. Na schön. Also, das Sommer. Hier nehmen wir Sachen mit. Und. Ja, da kommen wieder zwei. Irgendwas hinein. Irgendwas fehlt in den Löchern. Mhm. Ich sollte mich erst einmal auf die Sachen konzentrieren. Das nicht. Das nicht. Ein paar trockene Äste könnte ich schon noch hinzufügen. Mhm. Da. Da ist ein Bett. Und da bewegt sich was. Okay. Alles klar. Gut. Morphing-Objekt gefunden. Was haben wir denn hier? Nein. Das kann ich gar nicht öffnen. Es ist nicht übelig. Hier scheint irgendwas zu sein. Da muss ich ran. Schon klar. Da muss ich scheinbar nicht ran. Interessant. Da ist doch auch noch was. Ne. Da geht es aber nur dort oben hin. Hier liegen nicht zufällig noch irgendwelche Zweige. Was ist das hier eigentlich für eine Flasche? Hm. Man weiß es nicht. Ein paar trockene Äste. Ja, aber wozu? Ah. Okay. So. Ja. Oh, das Öl. Ich habe das Öl komplett aufgebraucht. Oh. Jetzt brauche ich es nur noch anzünden. Hm. Da ist nichts. Auch wenn es aufgeregt blinkt. Hm. Eine Feuerquelle hat den ab mir doch... Ne. Haben wir noch nicht gefunden. Hm. Küstenkoralle. Blabla. Ja. Liegen denn hier irgendwo noch weitere Zweige? Scheinbar nicht, ne? Hier waren auch keine Zweige. Ne. Die werden dann auch hier irgendwo sein. Ist hier ein... Guck mal. Das ist doch ein super Zweig. Das sind alle super Zweige. Hm. Hm, hm, hm. Ja. Hier will ich gerne hin. Aber das wird noch nichts. Okay. Das habe ich übersehen. Da. Ein Zweig. Hier. Da ist der letzte Blaustein. Es sieht so aus, als befinde sich hinter diesem Stein ein Durchgang. Aber wie kann ich den Felsbogen bewegen? Ja. Wie wäre es mit einer Mega-Explosion? Hm. Das hatten wir noch gar nicht in diesem Spiel, ne? Normalerweise sind doch Explosionen ein riesen Ding für Wimmelbildspiel. Oh wei. Verwendet die Richtungsfeile, um die Chips auf den entsprechenden farbigen Feldern zu verschieben. Okay. Oben, unten. Okay. Das funktioniert mit dem. Gut. Hier sind die. Da sind noch zwei weitere. Okay. Das bezieht sich auf das da. Okay. Das bezieht sich auf das. In Ordnung. Das hier bezieht sich auf das. Das ist super. So, dann haben wir einen mehr. Noch einen weiter. Der kommt nach oben. Ich gehe mal einen wieder zurück, damit er da oben hängen kann. So, jetzt können wir spielen. Jetzt sollten wir auch spielen. Geht es noch höher? Ne. Halt, warte, falsch, Richtung. So, Moment. Oh, das war es schon. Okay. Cool. Yeah, Streichhölzer. Und. Äh. Ich könnte. Was könnte diese Zeichnung bedeuten? Schnellspiel. Keine Ahnung. Einfach ein minderes Durcheinander? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Zack. Puh. Alles klar. So. Na denn. Damit sollten wir jetzt in diese Höhle hineinkommen. Dunkel, aber dunkel. Es ist immer noch dunkel. Es sieht aus, dass jemand hier hier lebt. Oder zumindest, dass sie es so. Hm. Ja. Ach du liebe Zeit. Wow. Okay. Das nehme ich mit. Und. Das nicht. Ah. Auf dem Muster fehlen zwei Teile. Hm. Da oben ist auch noch was. Junge, Junge, Junge. Ein Schaufelblatt. Na, das geht doch schon mal. Da ist ein Radictus. Ich muss ihn irgendwie ausrufen. Diese Leute sind großartig. Wenn er mich anstellt, wird er schlafen und ich ihn nie wieder finden. Nein, nehme gerne. Hm. Ja. Vielleicht solltest du einfach von diesem Plan Abstand nehmen. Wie wäre das denn? Ja. Okay. Aber wo ist das letzte Dingelchen? Da ist auch noch was. Hier. Da fehlen... Es geht nicht auf. Hm. Da fehlen zwei Teile an. Warte mal. Hier. Du kommst da erstmal da dran. Oh, das geht gar nicht. Aber mit der Machete... Warte. Mit der Machete können wir das zurechtstutzen? Genau. So. Und jetzt passt auch der Schaufelblatt. Super. Okay. Hier war doch noch was auf der Seite. Nee, es geht nur zu dem zurück. Okay. Wo ist das Dingelchen? Zeig's mir. Da oben geht's nur dorthin. Äh... Warte mal. Da ist nix. Da unten ist doch irgendwas. Nee, da geht's nur an ihn hier ran. Eine... An einer der Armschienen fehlt ein Edelstein. Ja. Kann ich jetzt auch nix machen. Die nehmen wir nicht mit. Wo ist denn das Dings? Das Dingsi. Hier irgendwo drin? Nee. Hier liegt eine Menge Zeugs herum. Nein. Ah, 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 ah. Ha. Wo ist denn das Dingsi? Es wird doch hier eins geben noch. Warte mal. So. Ja, es gibt hier noch ein Dingsi. Okay. Wo bist du? Da nicht. Da nichts. Nee, da komm ich nur an ihn ran. Ah. Nee. Nee. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das da ist... Da geht's an die Kiste ran. Ah. Ich seh's gerade nicht. Okay, mir scheint, wir müssen hier erstmal ein bisschen was weglösen, bevor ich irgendwo näher an diese Teile herankomme, oder? Da leuchtet's, aber da komme ich nur zu ihm. Hm. Okay, die Spiele werden mal halb so lang. Wenn wir uns diese Suche nach den Sammelobjekten sparen würden. Hm. Ja, aber wäre auch nur der halbe Spaß. So. Okay. Gut. Also erstmal, keine Ahnung. Das ist... Da ist auch da unten komme ich nicht dran. Merkwürdig. Da ist doch das Boot. Ich hab's nicht gesehen. Ehrlich. Okay. Also... Ähm... Gut. Das hat jetzt irgendwie nicht so richtig viel gebracht, ne? Kann das sein? Hm. Kann ich denn noch was wegmachen? Okay. Das geht nicht. Können wir hier noch was machen? Dazu brauche ich noch mehr von dem Zeug. Hm. Hier braucht es die beiden Dinger. Hier komme ich nicht dran. Das ist... Hier ist noch... Genau. Ich nehme an, das funktioniert. Doch, das funktioniert. Ach. Ne. Mach mal nix. Scheibe mit Muster. Für ihn hier. Ja. Ach was. Okay. So. Na denn. Weiter geht's. Dingsi, Dingsi und Dingsi, Dingsi. Super. Hier ging's nur wieder ganz schnell. Da käme ich ran. Aber ich kann den Korken nicht ohne ein Werkzeug entfernen. Macht nix. Kriegen wir schon hin. Da steckt etwas im Muss fest. Hm. Scheibe mit Muster. Na. Dann können wir da gleich einmal rangehen. Was haben wir da noch? Da ist gar nichts. Da sollen offensichtlich nicht... Noch nicht. Noch nicht hin. Ein Stein. Eins von zwei. Ja, das Muster erkenne ich auch. Das ist das gleiche Kreatur. Ich muss auf der anderen Seite gehen. Ha. Okay. Da kommen wir aber nur ran. Okay. Ne, ich komme immer nur da ran. Es ist fies. Ich finde nicht, dass wir das tun sollten. Da ist nochmal Reisig. Cool. Abgeschlossen. Natürlich. Ist das da Reisig? Nein. Nein. Oh, warte mal. Hier reise ich. Das ist irgendwie eine Menge Reisig. Aber da komme ich an nichts ran. Hier ist nur die Sache mit dem Fass. Da ist auch eine Menge Reisig. Aber nicht irgendwas für uns. Okay. Probieren wir es doch erstmal hier. Was haben wir denn da? Tada. Und? Tada. Was? Dreh die Chips um die richtige Ausrichtung auf den mittleren Schlepp. Was? Auf den mittleren... Was? Ich bin mir nicht so... Was? Okay. Was? So. Ah. Okay. Gut. Kann ich dich schon da einsetzen? Nee. So. Und das muss ich jetzt nach und nach durchziehen. Sieht so aus, ne? Okay. Weißt du was? Dann bringe ich dich da hin. Ich bringe dich hier hin. Und dann rücken halt eben alle einen auf. Ist so. Und so gehen wir dann Reih um. So. Du. Okay. So. Genau. Zack. Und weiter. Und nach. Komm schon. Weiter. Und weiter. Und weiter. Und kriege ich dich direkt da. Ja, das geht. Sehr gut. Okay. Du passt schon. Okay. Du kommst hier dran. Du kommst da dran. La 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 la. Und äh. Da dran. Du hier hin. Und du dort hin. So. Und jetzt brauche ich sie ja alle nur noch. Na ja. Eben mal in ihren Platz schieben, ne? So. Und so. Fertig. Und jetzt. Ran. Zack. 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 Wunderbar. Hat funktioniert. Ja. Okay. Und da ist das zweite Dingelchen. Eine Sekunde. Ich stelle nur eben OBS. Nein. OBS läuft noch. Okay. Alles klar. Stein. Cool. Also nichts wie zurück. Und hier ran. Und dann da ran. So. Tada. Was? Oh. Noch mehr. Wenn noch mehr spielen. Drehgruppen von Chips in die entsprechenden Felder für Farbe und Form. Was? Ach so. Hier überall rot hin. So werden die gedreht. Alles klar. Okay. Da kann ich nicht dran rumdrehen. Gut. Das heißt. Dann machen wir das. So. Und so. Und so. Dann passt das schon mal. Gut. So. Jetzt grün. Moment. Wie kriege ich den blauen denn da oben weg? Ah. Das muss ich ja noch ersetzen. Na toll. Okay. Einer. Hier kommen die beiden grünen hin. Und dann drehen wir das so hin. So. Und hier braucht es jetzt noch noch einen grünen. Äh. Wie mache ich das denn jetzt? Einfach so, ne? Ja klar, das reicht. Okay. Cool. So. Jetzt hier rot. Ihr dreht euch immer so rum. Das ist fein. Noch einen weiter. Und dann der rote hier hin. Und du da. Das passt gar nicht. Ha 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 ha. Reingelegt. Okay. Machen wir es so. Warte mal. Diesen roten. Ne. Warte mal. Doch. Das geht. Guck mal so. Ah. Ist doch ganz easy. Okay. Jetzt kommen da noch. Oh. Und hier muss ich wieder schangeln. Na gut. Also so. Den grünen da hin. Ne. Warte. Ah. Okay. Das funktioniert nicht so einfach. Nein. Das ist nix gut. Das ist nix gut. Ich muss erst mal die grünen aneinander rein. So. Hat sich im Grunde nicht viel geändert. Jetzt hier. Und. Äh. Wow. Warte. Ne. Moment. Ich brauche dich dort. Damit ich dich da hinbringen kann. Und dann funktioniert das. Gut. Tada. Uh. Sesam. Öffne dich. Was bist du? Da. Eins von den beiden Dingern. Und was ist das? Eine Rauchbombe. Ah. It's a smoke bomb. I can smoke the little green guy out. Ja. Aber das solltest du nicht tun. Ehrlich. Jetzt mal. Also. Dicht da rein. Ne. Von der anderen Seite des Fensters aus. Okay. Meinetwegen. Hm. Können wir nicht vorher noch was anderes machen? Hm. Dem fehlt der Edelstein. Guck mal. Und da ist die Augenfarbe. Roter Edelstein. Und dann wird da ein blauer hineinkommen. Ich bin nicht überzeugt. So. Hier. Oh. Anzüllen. Klar. So. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Schöne. Schöne. these monsters I don't care who I serve I'm a mercenary I serve the one who pays me can I pay you more funny where do you get your money from I can tell you where to find a massive stash of gold on the island I'm not stupid I won't let you go just because you claim to know where to find gold where is it even where exactly is this gold there is a gate nearby that leads to the lake and at the bottom of this lake there are tunnels there is something like a temple of the island's former inhabitants in one of the tunnels it's full of gold okay we'll see you'll be tied up for now I'll free you if you're telling the truth and I find gold I give you my word I will give you one of the keys to the gate I saw the second one somewhere around here but I don't remember where hmm na schön Teil des Musters ja super ah der Ärmste ach man was können wir denn hier finden such low ceiling here let's see what this little radish can hide ich hoffe ja okay so nix 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 das nehmen wir mit hier fehlt es an einer Muschel die Schachtel lässt sich nicht öffnen oh warte mal den Griff können wir hier dranstecken gut haben wir machen nicht alles kaputt okay so in dem Kissen befindet sich etwas na ja es befand sich etwas da drin okay haben wir hier irgendwas das ist das Fenster das wir gesehen haben abgeschlossen natürlich ist es abgeschlossen das hast du erwartet da nein nein ach so da geht's nur wieder da okay gut da ist noch eine Tür nicht für uns hier du kommst erst mal da rein hiervon nehmen wir das da mit und Chili und Knoblauch Schöpfkelle vielleicht für das Wasser es ist für das Wasser sehr gut das heißt da befindet sich etwas im guck mal da befindet sich etwas im Ofen ja meins gut du kommst da oben ran so irgendwas mit ich können wir schon mal da ein können wir nicht okay kann ich nicht ach so wegen ist drückig okay na gut so jetzt aber cool das war nur die eine Hälfte irgendwo muss ich doch noch ein Teil drin abgeschlossen kann ich es aufbrechen ja nix 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 da ist es okay na schön Luftdrang ermöglicht dir deinen Atem für zehn Minuten oder sogar länger anzuhalten na ich würde das lieber nicht riskieren Leimpilz Blumenflume haben wir das schon gesehen Küstenkoralle auf jeden Fall Segras haben wir auch gesehen okay okay so sollen wir es mal hier hinten versuchen wäre gut ne zack und dann kommst du da dran so und was haben wir hier hui okay mmh ja verwende die Tasten um die Kreise zu drehen und das Muster wieder herzustellen sehr gerne okay also du kommst hier dran den muss ich aber nochmal kaputt machen ne ja das ist nicht richtig das ist nicht ganz richtig okay gut ich mach ihn nochmal kaputt weil erstmal der Kopf der Kopf kommt da dran so und du kommst da dran und du kommst da hin und dann passt es so cool ja sehr gut einen haben wir noch here is the lake the redictus was talking about mhm allerdings nehmen wir mit und wo ist das andere Teilchen da nicht ne ist da da bewegt sich was alles klar 65 von 66 ast rein nur noch ein bisschen und dann haben wir es okay aber ich hole mir nochmal ein Getränk nach diesmal kein Kaffee versprochen okay ich hole mir nochmal ein Getränk nach und dann sehen wir uns gleich wieder macht's gut und dann Bakek nach sehen wir uns gleich wieder wir momentan dann sehen wir uns gleich wieder eine Kaffe was hilft für dich da